Hallo alle zusammen! Was ist das? Dies ist die Phantom Luftblase. Es tritt manchmal auf, wenn der Film hastig aufgetragen wird. Das Entfernen ist nicht schwierig, haben Sie nur eine scharfe Spitze, wie die dieses Schneiders, den Sie betrachten. Durchstechen Sie einfach die Luftblase in der Mitte, damit die Luft entweichen kann. Wir helfen uns gegenseitig mit dem Spatel auf diese Weise von einer Seite zur anderen, bis die überschüssige Luft vollständig austritt. In einigen Fällen ist es notwendig, bei Berührung zu fühlen, wo sich Blasen bilden, und dann wie angegeben vorzugehen. Wir bewegen die Luft zu einem einzigen Punkt, durchstechen und glätten die Oberfläche. Mach's gut, bis bald!